So, wir gehen rein auf die dritte Etappe. Vlad van Mechelen ballert uns hier nach oben, da kommen einige Attacken. Leider will Timter und Teutenberg nicht so richtig das Hinterrad hier von Jemane holen, beziehungsweise eigentlich von Henry Ulik. Kann schon sein, dass wir dann wieder für Henry fahren. So, Vlad van Mechelen den ganzen Tag in der Gruppe gewesen, in der Bergwertung vorne, wie wir auch gerade oben sehen. Jonas Fabian Messerschmidt dort der größte Konkurrent. So, Michot übernimmt mal. Wird noch nicht so dem höchsten Tempo. Einfach, wir kontrollieren das jetzt mal vorne. Und Tim, Triple T. Mal schauen, ob er nochmal hinkommt. Wo ist Jemane? Der hängt hier vorne mit dran. Jetzt spinnt das hier wieder ziemlich. So, Vlad van Mechelen nimmt mal raus. Michot am Hinterrad. Henry Ulik. Und wir hoffen, dass Timothy Teutenberg da noch hinkommt. Da ist er. Er musste jetzt ordentlich kämpfen, um da hinzufahren. So, Jemane hängt sich da jetzt mit dran. Michot hat die vorne wieder eingeholt. Ganz, ganz stark vom luxemburgischen Meister. Und jetzt geht es hier in diesen letzten Anstieg rein. Da ballern wir nochmal drüber. Mit Henry am Hinterrad. Teutenberg ist mit dran. Warum ist Jemane nicht weiter dran? Irgendwas stimmt auch da nicht. Der kommt da jetzt wahrscheinlich nur noch schwierig wieder nach vorne. Versuchen es mit Michot noch mal ein bisschen ruhiger anzugehen. So, wo ist Jemane? Ah, da vorne ist er schon. Der schafft es aber wahrscheinlich da jetzt auch nicht. So, jetzt müssen wir natürlich den roten Balken auch wieder ein klein wenig regenerieren. Jemane kommt mit hin. Wir bleiben mit Michot jetzt einfach nochmal vorne. Geht jetzt eh gleich nochmal bergab. Energiegele sollten wir diesmal ein bisschen früher nehmen. 26 Fahrer diesmal hier noch mit dabei. Aber einige gute Sprinter wieder weg. Komm schon, wir müssen uns doch irgendwann jetzt hier mal den Sieg bei der Deutschlandtour holen. Michot ballert. Ist auch nicht mehr allzu weit. Jetzt können wir vielleicht in den Kurven nochmal ein bisschen regenerieren. Michot trägt uns und trägt uns. Da haben wir Tadej Pogacar. So, da vorne ist auch noch ein bisschen kurvig. Wir gehen mal los mit Henry. Timton Teutenberg am Hinterrad. Komm schon, Henry. Zieh durch. Teutenberg kommt nochmal. Aber es reicht wieder nicht für den Sieg, weil einfach Marius Meierhofer wieder stärker ist. Wie stark ist er denn? 74, 74. Sprintbeschleunigung. Henry auf der 2. Triple T kommt noch auf die 5. Pitcock und Pogacar sind dabei. Aber Marius Meierhofer, den holen wir uns nächstes Jahr. Also das lasse ich mir nicht gefallen. Der kommt auf die Transferliste. Egal wie viel Geld der will. Marius Meierhofer fährt nächstes Jahr für Team Bike Aid. So geht es nicht. Wir machen es wie die Bayern. Wir kaufen die Konkurrenz einfach leer. Weiter geht es. Vierte Etappe. Wir streben nach dem Etappensieg. Wir sind hier in Stuttgart angekommen. Also im Kessel von Stuttgart. Ja, ist so eine Stadt, ne? Ist eine Stadt. Ich war, glaube ich, zweimal bislang in meinem Leben in Stuttgart und war jetzt nicht so beeindruckt von der Stadt. Viele sagen immer, es ist wunderschön. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber gut. Also, wir gehen hier rein. Van Lat van Mechelen. 16 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Nero belt und freut sich. Ich weiß nicht, ob er sich freut. Ich glaube nicht, weil Anna gerade gegangen ist. Deswegen freut er sich wahrscheinlich eher nicht. So Hannes Wilksch wird da wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel machen können. Wir geben ihm mal den Feierabend. In der Gesamtwertung wird er eh keine Rolle spielen. Van Lat van Mechelen holt sich die Bergpunkte. 25 an der Zahl. Hat er dann jetzt gesammelt. Wir halten das Tempo auch in der Abfahrt mal ein bisschen höher. Gibt gleich sogar nochmal eine Sprintwertung. Dann kommt Michot. Dann versuchen wir vielleicht mit Jemane oder so mal eine Attacke dort noch reinzusetzen. So Wilksch. Da er schon am Ende angekommen ist. Eigentlich ziemlich egal. Aber er muss ja auch nicht auf Gedeih und Verderb hier Zeit verlieren. So, Vlad van Mechelen ballert jetzt nochmal in der Ebene ein bisschen durch. Vorne geht es zur Sprintwertung. Will da irgendjemand sich die Punkte holen? Sieht jetzt momentan nicht so aus. Alles sehr, sehr lang gezogen. Das Tempo für viele anscheinend dann auch schon ein bisschen zu hoch. Dann kommt jetzt gleich Michot und nimmt das Tempo mit. So, Vlad van Mechelen nimmt raus. Hat eh schon ordentlich Rückstand in der Gesamtwertung. Sind noch 7 Kilometer. Michot soll möglichst auch in diesen Hügel rein noch ein bisschen ballern. Kriegt auch mal Energiegel. Dann geht es jetzt hier nochmal sehr, sehr steil nach oben. Und da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne die Attacke drüber setzen. Mit Jemane. Jo, ist nicht mehr allzu viel Zeit. Um da jetzt noch eine Attacke reinzusetzen. So, Jemane mit Ulik. Dann ballert er einfach mal weiter. So, 3 Fahrer haben sich jetzt auch vorne abgesetzt. Jetzt zählt es halt in der Abfahrt. Alle kriegen mal Energiegel. Und dann sollte das doch der Etappensieg werden, wenn die hier hinten sich jetzt auch nicht einig sind, was so aussieht. So, Jemane ballert in der Abfahrt. Ein guter Abfahrer. Henry und Timton Teuttenberg sind ganz fresh am Start. So, weiterhin bergab, bergab, bergab. So, dann kommt Jemane mal. Zieht nochmal. Henry kommt. Und Timton Teuttenberg geht auch nochmal los. Aber wir geben Henry den Etappensieg. Oder wird nochmal ein enges Höschen. Timton Teuttenberg oder Henry? Es ist dann doch Triple T, der sich den Sieg holt. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Olaf Koi kommt hier noch auf der 3 rein. Aber dann holt sich eben doch Triple T in den Sieg Timton Teuttenberg vor. Henry. Das ist eigentlich schade. Ich habe es versucht so zu timen, dass ich es so tun kann, als wäre, ach, Triple T ist nicht mehr vorbeigekommen an Henry. Aber leider dann auf den letzten Metern doch. Trotzdem Glückwunsch natürlich an Timton Teuttenberg. Fuck. Naja, also Henry Ulik auf der 2 für die Gesamtwertung. Joa, ich glaube er hatte 10 Sekunden Rückstand. Macht jetzt nur 6 Sekunden gut. Also das war vielleicht nicht ganz so clever. Hätten wir ein bisschen umswitchen müssen. Wilksch und Van Mechelen haben viel gearbeitet. Wir schauen mal auf die Gesamtwertung. Und ja, eine Etappe gibt es ja noch. Vielleicht gibt es ja sogar den Gesamtsieg für Henry Ulik bei der Deutschlandtour. So, wir gehen rein auf die letzte Etappe. Henry leider nur mit der Plus-1-Tagesform. Die 4 Sekunden. Ich ärgere mich umso mehr, dass wir da eben nicht Henry den Sieg gegeben haben. Also noch deutlicher den Sieg einfach geben wollten, als es irgendwie so ein bisschen kaschieren zu wollen. So, wir feiern einfach mal Vlad van Mechelen, der sich hier die Bergwertung holen wird. Also die generelle Bergwertung der Rundfahrt. So, mal schauen, reicht das noch für die letzten Zentimeter? Nee, da geht uns dann der Sprit leer. 26 Punkte sind es vor Messerschmidt mit 14 und Pim Ronha. Immer noch ein super Name. Pim Ronha, wie gesagt, absoluter Pornoname. Also Vlad van Mechelen wird sich die Bergwertung holen bei der Deutschlandtour. Für uns ein Erfolg und natürlich noch ein weiteres Ziel. Wenn wir mal aufs Clasement schauen. Henry hat momentan die Punktewertung intus. Also Meierhofer und Pitcock dort direkt dahinter. Und in der Gesamtwertung geht es eigentlich nur noch zwischen Meierhofer, Ulik, Pitcock um den Gesamtsieg. Michott und David Jemane auch noch direkt dahinter. Also das wird nice. Das Finale. Nochmal drei Berge quasi der zweiten Kategorie. Den letzten hier, die Sprintwertung. Kann man sicherlich auch eher als Berg der zweiten Kategorie sehen. Und dann geht es eigentlich nur noch bergab ins Ziel. Wir ballern da wieder drüber. Hoffen, dass Henry auch mit der Plus-1-Tagesform da ganz gut mitkommt. Und dann geht es eben um den Rundfahrtsieg, um den Etappensieg. Und wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Deutschlandtour hinter uns. So, die letzten 22 Kilometer der Deutschlandtour laufen. Jemane versucht hinten unsere Mannschaft so ein bisschen einzusammeln. Vlad van Mechelen noch hier in der Gruppe. Sind allerdings nur noch 40 Sekunden und die arbeiten nicht mehr mit. Das bedeutet, dass wir hier eigentlich auch ein bisschen rauslassen können. Und Vlad van Mechelen noch mit in die Sprintanfahrt quasi reinnehmen. Da passiert vorne in der Gruppe nichts. Da wird jetzt nochmal kurz um diese Punkte gesprintet. Ne, da gab es überhaupt gar keine Wertung. Also das war einfach nur eine Attacke. So, Jemane bringt er die Mannschaft nach vorne. Ich hoffe es doch. Wir sind noch nicht ganz vorne angekommen. Es wird aber auch ein bisschen Tempo rausgenommen. Ordentlich geblockt. Alles sehr kurvig. Aber die Mannschaft ist schon ganz gut zusammen. Henry Ulik im grünen Trikot. Jetzt warten wir mal, bis Vlad van Mechelen da vorne zurückkommt. Und dann können wir ihn da auch noch mit rangeben. Jemane fährt da mal ans Hinterrad. Hoffen wir es. Von Mechelen nimmt nochmal ein bisschen raus. Wartet mal auf die Kollegen. Das ist jetzt die vorletzte Überquerung des Ganzen. Da dürfen wir die natürlich nicht weglassen. Doch ein bisschen Tempo machen. Hier für das Hauptfeld auch. So, wer ist da jetzt dabei? Pogacar, Bardet und Martinez. Die da vorne raus sind. Dann doch eine Nummer zu groß. So, Vlad van Mechelen. 14 Kilometer sind es noch. Nehmen wir nochmal ein bisschen Tempo raus. Die da vorne vielleicht auch ein bisschen zu früh ausgerissen. Aber natürlich drei nicht ganz so schlechte Fahrer, gegen die wir jetzt hier auf einem Parcours unterwegs sind. Der uns natürlich liegt. Das ist nicht allzu schwierig. Wir geben Jemane schon mal das Energiegel, damit es dann ballert, wenn er dran ist. Michott bzw. van Mechelen macht das alles noch ziemlich gut. Henry Ulik hat schon ordentlich gelitten mit dem roten Balken. So, die drei sind immer noch vorne. Das hier müsste ein überrundeter Fahrer sein. Steppe. So, van Mechelen ballert nochmal und holt jetzt die Fahrer aber wieder zurück an der Seite von Luke Rowe. So, haben wir eingeholt. Jemane übernimmt wieder. Geht jetzt gleich wieder in den Hügel. Machen wir mal den 90er Wert. Und Michott ballert uns dann über den Hügel drüber und nimmt hoffentlich Henry Ulik mit. Das wäre ganz, ganz wichtig. Der gelbe Balken könnte ein bisschen problematisch werden. So, Jemane fährt ein okayes Tempo. Da kommen jetzt nochmal Nick Schulz und Luke Rowe nach vorne. So, jetzt kommt Michott. Da nehmen wir mal raus. Mir wurscht, was die zwei jetzt machen. Wir kommen hier einfach nur rüber. Und nehmen auch schon mal die Energiegele. So, kommt schon Michott. Das schaffst du. Die holst du da vorne wieder rein. Und Henry regeneriert jetzt hoffentlich noch ein bisschen. So, jetzt ist nur noch Tati Pogacar vorne. Henry in einer guten Position. Ich weiß nicht, wo Meierhofer ist. Würde mich mal interessieren. Der ist hier nicht mit dabei. Vielleicht holen wir sogar leicht ein bisschen Zeit raus. So, Michott mit dem 90er-Wert. Ist jetzt allerdings dann auch gleich ziemlich durch. Hier geht es nochmal bergab. Hauen wir nochmal die 99 rein für Michott. Henry Ulik sind noch 1,4 Kilometer. So, er geht jetzt mal los. Henry Ulik sprintet nochmal vorne Tati Pogacar. Henry kommt da nicht mehr vorne hin. Pogacar holt sich hier den Sieg. 20 Sekunden seinen Abstand. Ich weiß nicht, ob hier ein Zeitunterschied gemessen wird. Henry wird nur Vierter auf der Etappe. Jetzt die Frage, wo ist Meierhofer? Und wird hier tatsächlich ein Abstand gemessen? Das ist natürlich die nächste Frage. Hier ist eine große Lücke. Ist Marius Meierhofer schon da? Ah, der war Achter. Okay, okay. Dann hat sich das erledigt. Also kein Gesamtsieg leider für Henry bei der Deutschlandtour. Marius Meierhofer wird sich den Sieg holen. Außer Tati Pogacar hat da jetzt noch ein absolutes Wunder gerissen. Da sind wir nicht mehr hingekommen. Trotzdem wieder starker Vierter Platz für Henry. Auf der fünften Etappe der Deutschlandtour wäre gedacht, dass wir mit Henry Ulick hier so vorne reinballern. Aber richtig nice. Vorm Höhepunkt natürlich auch ordentlich gekickt. Und wenn wir heute noch die Plus 5 gehabt hätten, wäre wahrscheinlich sogar nochmal mehr drin gewesen. Vielleicht der nächste Etappensieg. Aber es sollte nicht sein. Wir gehen rein in die Siegerehrung. Wir sehen Tati Pogacar. 9 Sekunden hat er dann nochmal gut gemacht. Dann wird er sogar... Puh. Yo. Wie es da vertraglich auch aussieht. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also da könnte man auf jeden Fall mal sagen, jo den haben wir eh schon auf der Liste. Sprinthügel. Etappenfahrer liegen. Aber ein super Sprinter wie Marius Mayhofer, der tut uns sicherlich nicht weh. Judi, das war die Deutschlandtour. Und das wird so ziemlich das letzte Rennen gewesen sein, was wir dieses Jahr fahren. Da gibt es eigentlich nur noch den Sparkasten Münster-Langiro, den wir uns jetzt dieses Jahr noch reinziehen werden. Ansonsten simulieren wir das durch. Machen ganz kurz einen Saisonabschluss mit den Transfers. Was so passiert ist. Wer wie wo welche Rundfahrt gewonnen hat. Und dann geht es auch schon in die dritte Saison rein. Mit Team Bike Aid. Das letzte Mal haben wir glaube ich fünf Saisons gespielt. Dieses Mal wollten wir es eigentlich ein bisschen länger darauf anlegen. Also auch in der dritten Saison werden wir wirklich nur die Sponsorenhöhenpunkte und eben so die Höhepunkte für uns wie die Deutschlandtour dann eben auch mit reinnehmen. Gut. Also dann geht es gleich zum Sparkasten Münster-Langiro. Vielleicht gibt es da ja nochmal den versöhnlichen Abschluss. Aber persönlich sagt man ja eigentlich immer nur, wenn es vorher nicht so gut gelaufen ist. Und ich finde die Deutschlandtour hätte kaum besser laufen können. Nach der Deutschlandtour machen wir nochmal was ganz anderes. Wir gehen mal auf Kopfsteinpflaster. Und ihr wisst, ich habe die Liebe für Kopfsteinpflaster entdeckt. Es sind einige gute Fahrer mit dabei. Vorne haben wir Fermot. Der hier mit der Rückennummer 1 am Start ist. Also sowas wie der Top-Favorit heute. Schauen wir mal, dass wir uns hier mit einreihen. Wir haben Van Mechelen noch an der Seite von Michotte. Allerdings Bouvier auch noch mit dabei. Hat uns gerade nochmal ein Wasser-Kredenz. Das sollte eigentlich bis ins Finale reichen. So, wo ist Van Mechelen? Der hängt ein bisschen zurück. Müssen wir mal ein bisschen schneller stellen. Den guten Belgier. So, Michotte. Ja, können wir eigentlich auch sagen, halt mal deine Position. Müssen wir gar nicht so doll ballern. Van Mechelen fährt er jetzt nochmal nach vorne. Und geht mal an die Seite von Nils Michotte. Und dann schauen wir mal. Also viel flaches Kopfsteinpflaster. Das Gute bei Michottes. Das ist auch ein guter Beschleuniger. Nicht der optimale Sprinter. Aber Beschleunigung ist gut. Van Mechelen wäre da sogar noch stärker. Bouvier. Ja, wird jetzt sowieso gleich rausfallen. Da müssen wir jetzt keine großen Spielchen mehr machen. So, ah, okay. Ich sollte vielleicht meinen Greenscreen auch mal komplett drüber ziehen. Damit man den Hintergrund nicht sieht. Das ist eigentlich der ganze Sinn des Greenscreens. So, vorne jetzt keine Gruppe weggegangen. 53 Fahrer sind es noch. 30 Kilometer. Fahren nochmal ein Stück weiter nach vorne. Da kommt nämlich auch das nächste Kopfsteinpflasterstück. Ballern wir wieder mit Einsatzbalken rein. Van Mechelen muss dann jetzt auch bald mal das Energiegel nehmen. Ich gebe es ihm jetzt schon mal. Weil er wird nicht mehr ewig lange dabei sein. Und das Tempo vorne ist schon sehr, sehr hoch. Also da hat Michotte jetzt auch einiges an Positionen eingebüßt. Auf dem Kopfsteinpflasterstück. Wir versuchen mal unsere Position nach vorne zu bringen. Aber es geht eh gleich wieder aufs nächste Kopfsteinpflasterstück. Also das bringt alles nicht so richtig viel. So, wir müssen ein bisschen schneller ballern. Übers Kopfsteinpflaster. Ansonsten reißt da eine Lücke. Michotte bleibt hier mit dran. Jetzt ist Tempo auch ziemlich raus. Bleiben hier mal so in Position circa. Damit auch Attacken gekontert werden können. Aber da werden jetzt einige rausfliegen. Die Gruppe wird nochmal deutlich kleiner werden nach dem Kopfsteinpflasterstück. So, Tempo ist raus, weil keiner mehr großen Helfer mit dabei hat. Vlad Van Mechelen kommt hier hinten auch nicht mehr wieder ran. Da kommen jetzt die Attacken. Na, sollen wir die mitgehen? Oder sollen wir warten, ob hier nochmal die Lücke zugefahren wird? Das ist immer die Frage auf dem Kopfsteinpflaster. Die drei setzen sich da jetzt leicht ab. Nicht gut. Vor allem das ist für Hermotte, Andersen und Leht. 22 Kilometer. Und hier wird nicht gefahren. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt kommt nochmal ein bisschen das... Eigentlich noch 18 Fahrer. Also da sollte sich jemand finden, der die Lücke noch zufährt. Aber da wäre es vielleicht doch klüger gewesen, direkt die Attacke mitzugehen. Jetzt wird hier nochmal Tempo gemacht. Also vielleicht war es dann taktisch doch ganz klug, das Ganze nicht so zu Ende zu fahren. So, jetzt geht es eh wieder aufs Kopfsteinpflaster. Tempo ist hoch. Vorne nehmen sie jetzt auch ein bisschen raus. Wir kommen näher, aber wir kommen nicht ganz ran. Boah, alter Schwede. Das wird für Michot aber auch ein brutales Rennen hier. Wir haben auch keine Helfer mehr. Wir müssen hier wieder aus der Führung auf jeden Fall rausgehen. Ein bisschen regenerieren sogar. So, wir bleiben mal in Position. Alle sind ein bisschen durch. 15 Kilometer sind es noch. Und es kommt noch ordentlich Kopfsteinpflaster. Jetzt schnaufen wahrscheinlich alle erstmal ein bisschen durch, bevor dann die nächsten Attacken kommen. Keiner kann mehr so richtig vorne Jones. Dr. Jones, Jones, calling Dr. Jones. Anscheinend hat ihn jemand angerufen. Ah ne, der gehört gar nicht hier mit dazu. Die nächsten Attacken kommen, die können wir nicht mitgehen. Da ist Koch mit dabei. Jonas Koch, Jarnet noch mit am Start. Wir müssen jetzt einfach mal hoffen, dass das Tempo hier relativ gleichmäßig hoch bleibt, damit wir dann aus der Gruppe raus was machen können. Mit dem gelben Balken eine Attacke mitgehen wäre tödlich. Aber es kann schon sein, dass sich eine kleine Gruppe hier durchsetzt. Sogar relativ wahrscheinlich, dass es so kommen wird. So, jetzt geht es auf die letzten Kopfsteinpflaster. Ich nehme jetzt schon mal das Energiegel. Wird wahrscheinlich eher der Stecker hier gezogen, als dann auf den letzten Kilometern. Und es geht natürlich auch noch leicht bergauf. 17 Fahrer sind hier noch drin. Nils Michott wird sich höchstwahrscheinlich nicht den Sieg holen. So wie es vom Energielevel momentan aussieht. So, Tempo wieder ziemlich raus. Wir regenerieren, alle regenerieren. Jetzt kickt das Energiegel vielleicht gar nicht so verkehrt. So, attackieren tut gerade keiner so richtig. Wir fahren allerdings in sehr, sehr vorderer Position. Nicht wirklich windgeschützt. Sechseinhalb Kilometer noch. Und dieses Kopfsteinpflasterstück ist echt ewig lang. Immer noch 17 Fahrer hier drin. Jetzt ist bei einigen aber nochmal der Stecker gezogen. Dann haben wir das Kopfsteinpflasterstück echt nochmal überstanden. Puls geht hoch auf 176. Gehen wir bei Wermott ans Hinterrad. Obwohl er jetzt nicht der allerstärkste ist. Ein Sprint. Hm, was tun? Ist jetzt hier die Frage. Jetzt sind wir ein bisschen eingeklemmt. Wermott fährt rüber. Wir sind weiterhin an seinem Hinterrad. Vielleicht fährt er ja auch als erstes los. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man mungelt es nur. So, jetzt geht es aber hier ab. Na, der ist ziemlich durch, der Junge. Weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, weil wir gerade die Sprintanfahrt für die anderen machen. Okay, ist wahrscheinlich doch besser. Vorne geht es leicht bergab. Jetzt gehen wir mal hier ans Hinterrad. Dann gehen wir nochmal los. Aber das wird, denke ich mal, nicht reichen für Michot. Da sind wir dann auch durch. Nicht so clever gemacht im Finale. Alexander Konijn holt sich dann den Sieg. Vor Pavel Berners und Nils Michot nur auf der 5. Das war irgendwie ein schwieriges Rennen. Hat mir nicht so richtig gefallen im Finale. Wir hatten wenig taktische Möglichkeiten. Eigentlich haben wir nur überlebt. Alle haben nur noch überlebt. Wir konnten dann aber auch nicht mehr machen. Also das war nicht so gut. Nils Michot nur auf dem 5. Platz. Aber haben wir immerhin nochmal ein bisschen Abwechslung gehabt. Und Kopfsteinpflasterrennen sind einfach enorm geil. Wie gesagt, habe ich mich sehr drin oder sehr rein verliebt in den letzten Jahren. Sehr erfreulich. Nils Michot, unser luxemburgischer Meister, hat sich verbessert. Nordklassiker ist er ja sowieso eine absolute Granate. Da hat er sich nicht verbessert. Kopfsteinpflaster 72. Aber in der Ebene nochmal besser. Ausreißer 75. Also mega guter Sprintanfahrer am Hügel mit der 73. Eigentlich kann er so ziemlich alles außer Berg fahren. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Wobei mit der 1,85 sollte er eigentlich auch dazu im Stande sein. So Wout van Art mäßig. Da richtig schön reinzuballern. Auch im Zeitfahren mit 70. Eigentlich ein ziemlich guter Fahrer. Auch wenn er dort ein bisschen limitiert sein wird in der Karriere. Er sorgt dafür, dass wir die nächsten 3,5 Sterne Fahrer haben. Mit Emil Herzog wird dort dann der 5. Wir sind im Index auf Platz 50. 72 Punkte. Das wird uns sicherlich nicht mehr gelingen, dort aufzusteigen. Die Saison ist noch lang. 20 Tage geht es noch. Wir wollten natürlich sowieso auch nochmal in die Talentsuche reinschauen. Was sich da denn jetzt so getan hat. Schauen wir mal ganz kurz. Das war das U23 Team. Also da habe ich jetzt auch das Beobachten gar nicht mehr so intensiv gemacht. Weil wir jetzt schon ziemlich genau wissen, wo es hingeht. Wir können hier nochmal ein bisschen genauer reingehen. 7.10. geht es dann auch gleich los. Und hier nochmal. Dann ist es aber auch für das Jahr rum. Und dann schauen wir mal, wen wir dort verpflichten. Und was es noch ansonsten so für Talente gibt, die ja vielleicht auf dem Markt noch für uns frei sind. Für das U23 Team, die wir dann vielleicht ja auch wieder übernehmen können in das A-Team. Also Platz 50. Momentan der Aufstieg ist nicht mehr drin. Sparkasten Münsterland-Giro. Der Sieg ist da auf jeden Fall drin. Nach den guten Ergebnissen von Henry Ulic im Sprint glaube ich, dass wir dort auch Richtung Top 10 zumindest irgendwie unterwegs sein können. Wir werfen nochmal ganz kurz den Blick generell auf unser Team. Wie sich dort eben die Fähigkeiten auch so verändert haben. Nils Michott haben wir eben schon besprochen. 74 in der Ebene. Jetzt unser absoluter Spitzenfahrer. Dann Timton Teutenberg. Blatt von Mechel und Henry Ulic. mit Léo Bouvier, der uns ja am Saisonende verlassen wird, der Franzose. Da schauen wir mal, dass wir nächstes Jahr, so wie Kevin das ja auch geschrieben hat, auch nochmal einen französischen Ersatz holen. Da haben wir dieses Jahr gar nicht in die Richtung gescoutet. Aber da gibt es bestimmt das ein oder andere große französische Talent, das wir uns dort holen können. David Jemane mit der 74. Nian Kuro mit der 72. Auch nice, dass er sich da nochmal verbessert hat. Der junge Mann aus Rwanda. Hannes Wilksch hat sich nicht wirklich verbessert. Eric Morsa nochmal einen schönen Sprung gemacht dieses Jahr. 74 am Hügel ist schon sehr nice. Auch 70 am Berg. Mauro Brenner inzwischen unser bester Mittelgebirgsfahrer. Also der 20-Jährige auch mit einer schönen Entwicklung dieses Jahr. Panschwer 5 Sterne. Bergfahrer 4,5. Also das läuft auch ziemlich gut. Hügelfahrer, da haben wir echt schon relativ viele gute. Matteo Groß auch mit der 71 jetzt. Francis Juno mit der 70. Morsa dort sogar mit der 74. Richtig gut. Zeitfahren sicherlich insgesamt noch eine ziemliche Schwäche. Wenn irgendwo ein Team-Zeitfahren ist, verkacken wir aber reihenweise. Prolog ähnlich. Kopfsteinpflaster eigentlich nur Nils Michott, der da so ein bisschen konkurrenzfähig ist. Im Sprint haben sich unsere Fahrer dieses Jahr halt gar nicht weiterentwickelt. Also von Henry Udig und Timter und Teuttenberg hätte ich schon so einen minimalen Sprung nochmal erwartet. Die Ergebnisse waren gut. Viele Siege auch eingefahren. Aber für die Entwicklung hat das anscheinend nichts bedeutet. Also 75 Renntage. Kein Sieg für Henry. Aber doch einige gute Ergebnisse. Deutschland Tour, wie gesagt, die Sprintwertung geholt. Und einige Platzierungen vorne beim Saisonhöhepunkt. Schaut euch das an. Henry 8. 3. 2. 2. 4. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Auch wenn es dann nicht für den Sieg gereicht hat. Timter und Teuttenberg hat dann doch den ein oder anderen Sieg mehr geholt. 9 an der Zahl sind das. Bei Tour auf Schickerland hat er zum Beispiel gewonnen. Das haben wir weg simuliert. Dann Thür, Deur et Loire ist ja Achter in der Gesamtwertung geworden. Hat aber auch eine Etappe immerhin geholt. Rund um Köln auf Platz 9. Grand Prix Herning gewonnen. Also richtig gut. Trotzdem keine Entwicklung bei ihm. Finde ich schade. Liegt natürlich auch an unseren relativ schlechten Trainern, die wir haben. Da überlege ich, ob wir vielleicht wenigstens einen Trainer im internationalen Modus nehmen. Aber das können wir dann immer noch schauen. Wir können generell gerade mal ins Personal reinschauen. Wie laufen die Verträge? Also Wolfgang Oschwald läuft der Vertrag jetzt ohnehin aus. Da könnte man dann vielleicht nochmal drüber hinausgehen. Ansonsten sind das halt... Ach guck mal, wir haben ja hier zweimal regional sogar nur. Dann sollten wir wahrscheinlich Minimum auf national gehen. Beziehungsweise vielleicht sogar nochmal auf international, damit wir dort einfach die Entwicklung noch ein bisschen vorantreiben. Gerade bei den Spitzenfahrern sollte das passieren. Also das war hier mal der Überblick. Ansonsten können wir nochmal auf die Ergebnisse schauen. Ja, irgendwie bin ich auch manchmal ein bisschen doof. So, wir schauen nochmal auf die Ergebnisse. Hier sehen wir bei der Tour de France. Jonas Winkelgaard hat sich hier den Sieg geholt. Ich glaube, das hatten wir schon, gell? Dass wir da drauf geschaut haben. Also Jumbo hier mit dem Doppel. Bei der Vuelta lief es nicht ganz so gut für Jumbo Wismar. Da holt sich Jack Haig den Sieg. Auch etwas überraschend. Vor Enric Maas. Das lasse ich mir noch gefallen. Und Laurence de Plüse. Schön, dass er seine Entwicklung hier auch weitergeht. 29 Jahre alt. Ja, jetzt bei Ineos ein gutes Jahr gehabt. Beim Giro d'Italia richtig stark dabei gewesen. Danach hat man, glaube ich, nicht mehr so viel von ihm gesehen. Jonathan Lastra. Phil Bauhaus holt sich die Sprintwerte. Und Lennart van Itfeldt. Auch ein riesiges Talent. Hat sich dann auch richtig gut gemacht. Bei Lotto Destiny. Endlich haben die mal einen Rundfahrer. Wann hatte Lotto Destiny schon mal einen Rundfahrer? Wahrscheinlich gab es jetzt gerade vor kurzem einen. Und ich habe ihn einfach vergessen. Also Roglic, Wout van Aert, Thiemann Ahrensmann bei der Tour de France. Auch hier mit dabei. Aber Bahrain Victorious mit dem Sieg bei der Vuelta. Das ist dann doch ein bisschen überraschend. Ja, so Rundfahrten kann man auch mal kurz den Überblick machen. Alephilippe gewinnt den Australien zum Saisonstart. Da müssen wir auch nicht überall drüber reden. Gibt es etwas Überraschendes? Eduardo Zambanini bei der Tour de Pologne. Finde ich überraschend. Die René Vitour holt sich Wout van Aert. Hier geht er bei der Tour de Suisse. Matteo Jorgensen. Ja, bei Jumbo Wismar im Wort für die nächste Saison. Meisterschaften. Jo, Jumbo Wismar auch hier sehr erfolgreich. Roglic ist Zeit-Europameister geworden. Interessant. Jakobsen verteidigt mehr oder weniger sein Europameister-Trikot. Obwohl er es, glaube ich, in der Saison davor nicht hier geholt hat im Spiel. Und Wout van Aert gewinnt sowohl Straßenrennen als auch Zeitfahren bei den Weltmeisterschaften. Ganz stark. Stefan Bissegger auf der 2, Ghana nur auf der 3. Mathieu van der Poel und Stuyven geschlagen bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt, gut, die Nationalmeisterschaften müssen wir nicht mehr durchgehen. Bei den Monumenten kann man nochmal ganz kurz schauen. Die Lombardei-Rundfahrt steht natürlich noch an. Einer meiner Lieblingsklassiker. Wenn nicht sogar, ja, mit Paris-Roubaix, mit der Runde von Flandern vielleicht mein Lieblingsklassiker. Strade Bianca vielleicht noch. Aber es ist ja kein Monument Strade Bianca oder so. Sondern das sind die 5 Monumente. Meiland Sanremo, Jakobsen vor Olaf Koi und Mats Pedersen. Dann Wout van Aert doppelt erfolgreich. Und Lüttich, Bastogne Lüttich gewinnt David Goddew. Why not? Er ist ein guter, ein guter Panscheur, auch ein guter Eintagesrennenfahrer. Er kann eigentlich so ziemlich alles, aber nicht so richtig gut. Also nicht so Pogacar gut, muss man halt wirklich sagen. David Goddew gehört sicherlich zu den 10, 20 besten Radsportlern weltweit. Wie war seine Saison? David Goddew, der ja auch immer Pro-Cycling-Manager spielt, hat man schon in einigen Einspielern mal gesehen. Also Lüttich, Bastogne Lüttich, Flash Wallon gewonnen, World Desiccliste, Cataluña, Drum Classic und dann einige andere gute Ergebnisse. Tour de France did not finish. Okay, das ist nicht so nice. Sicherlich dann mehr von versprochen. René Vitour ist natürlich überhaupt nicht seine Rundfahrt. Da geht es eigentlich nur flach durch die Pamba und ein bisschen Kopfsteinpflaster. Ganz klassisch für die Sprinter, für die Zeitfahrer gemacht. Jutti, also Sparkassen Münster-Langiro, der steht für uns an. Wir haben natürlich wieder unser Sprint-Team dabei, rein deutsches Team. Ich versuche ja immer so ein bisschen bei den Rundfahrten auch darauf zu achten, dass die Fahrer entsprechend ihrer Nationalität eben auch starten. Und ich finde, ein deutsches Publikum will meistens auch deutsche Fahrer sehen. Natürlich so ein David Jemane, unser Spitzenfahrer, der war bei der Deutschland-Tour auch mit dabei, ganz klar. Aber der Fokus lag dann eben auch auf den deutschen Fahrern. Henry Ullig Zweiter bei der Deutschland-Tour. Timton Teutenberg mit Etappensieg bei der Deutschland-Tour. Und jetzt versuchen wir dann, die Saison abzuschließen mit einem Sieg beim Sparkassen Münster-Langiro. Mal schauen, wer dort noch so mit dabei ist. Marco Haller. René Hofstetter. The Boys mit dabei. Caleb Youn. Okay, nice. Nicht mal der Top-Favorit, weil es wahrscheinlich so ein bisschen hügelig ist. Hügel 77. Caleb Youn. Holy shit. Wird der für ein Hügel-Training gemacht? Sam Wellsford. Ja gut, Hügel 64. Bin gespannt, wo es für ihn hingeht oder wie es mit ihm weitergeht. Einige gute Sprints dieses Jahr gehabt, aber auch das ein oder andere Mal enttäuscht. Also kann überall hingehen. Man sieht schon. Der Favorit ist Haller mit 74, 73. Keine Ahnung warum. Tagesform muss genial sein. Wenn er hier Caleb Youn und Sam Wellsford verdrängt. Hinten raus ist es flach. Mittendrin relativ hügelig. Mal schauen, wie die Tagesform ist und dann entscheiden wir uns, wer unser Kapitän ist. So, willkommen beim Sparkassen Münster-Langiro. Pirmin Eisenbad in der Gruppe. Oh, jetzt auch noch Kopfsteinpflaster hier. Jetzt geht es aber los. So, da sehen wir die 10 Kilometer Marke. Es sind noch 15 Kilometer, aber 2 Minuten 20 der Vorsprung. 15 Kilometer. Die Gruppe hier funktioniert immer noch relativ gut. Und ich glaube, dass hier hinten können wir vernachlässigen, weil der Sieger des Sparkassen Münster-Langiros, der kommt hier aus dieser Gruppe. Machen wir mal ein bisschen Scouting. Kretschi mit dabei. Loderer. Meiler. Ja, sind alle okay. Eisenbad mit 69, 69. Hier. Putz. Der könnte uns putzen. Und Reinhardt. Ah, das wird ein schwieriger Sprint. Ich hasse Sprints, die man alleine fährt. Ich hasse, hasse, hasse es. Weil man immer das falsche Hinterrad irgendwie erwischt. So, 11 Kilometer noch. 2 Minuten der Vorsprung. Also, wie gesagt, hinten können wir auch einfach sagen, wisst ihr was, Leute? Äh, was soll der Geiz? Ihr könnt alle automatisch machen, was ihr wollt. Ist mir völlig egal, was ihr da macht. Hallo? So. Wenn man Ü drückt, dann ist das mit der Pause immer schlecht, ne? Pause fängt nicht mit Ü an, außer das Ü ist stumm. Man weiß es nicht. Man mungelt es nur. Also, Pirmin Eisenbad bleibt hier mal ein bisschen in Position. 9 Kilometer, 2 Minuten. So, da kommt Lenz mit irgendwas. War keine Attacke. Bleiben hier mal dran. Aber putzt es entweder immer hier hinten. Keine Ahnung, macht das wie dieser russische 800 Meter Läufer früher, der immer hinten dran war und auf der Zielgeraden alle überholt hat. Hat irgendwie nicht immer so richtig gut funktioniert. Hat sich immer sehr auf seinen Sprint verlassen. 6,9 Kilometer. Wäre natürlich mega nice, wenn Pirmin Eisenbad sich hier jetzt noch einen Sieg holen könnte. Gerade Vertrag verlängert um ein Jahr. Das motiviert ihn anscheinend. So, Energiegel wird genommen. Ist genehm. So, und jetzt tut es auch gleich Gildentun. Fahren wir ein Stück weiter nach vorne vielleicht noch. Reinhard, Kretschi. Fährt Reinhard das für Kretschi an? Ich werde mir da mal das Hinterrad schlawinern. Hm. Na, jetzt geht da vorne die Lücke, oder was? Fahr mal da hin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Wir sind zu weit weg. Da vorne ist die Lücke aufgegangen. Oh, scheiße. Scheiße. Ach, fuck. Da vorne geht dann die Lücke auf. Jetzt hatte ich wirklich das falsche Hinterrad. Und dann wird es nur der sechste Platz für Pirmin Eisenbad. Und keine Ahnung, was hier hinten passiert. Alle sprinten einfach wild vor sich hin. Och, mega dumm. Also, wie gesagt, wenn man alleine einen Fahrer vorne in der Gruppe hat, da bin ich echt schlecht. Pirmin Eisenbad dann nur auf der sechs. Da hätten wir uns weiter nach vorne, schon vorher weiter nach vorne orientieren müssen. Und ich dachte mir, okay, wenn da zwei Fahrer vom selben Team sind, wird der eine ja für den anderen den Sprint anfahren. Würde ja irgendwie auch fast Sinn machen, dass man das so macht. Aber anscheinend ist das hier nicht so. Also, das war wieder Masterclass vom Teamchef. Saison ist rum. Sechster Platz für Pirmin Eisenbad. Trotzdem gutes Ergebnis. Wir wollten in die Top Ten kommen. Machen wir ein Häkchen dran und konzentrieren uns auf die Saison 2025. Wir gehen rein in die Talentsuche. Ende des Jahres, 24. Oktober. Finde ich nice, diesen Draft, den es da jetzt inzwischen immer gibt. Macht eben auch die zweite Mannschaft ein bisschen sinnvoller. Also, Paulo Muria haben wir schon fest verpflichtet. Jetzt die letzten Wochen nach dem Sparkassen Münster-Langiro. Und davor ist jetzt nicht mehr viel passiert. Rundfahrten in Marokko, Burkina Faso. Ein paar okaye Ergebnisse, aber nichts Berauschendes. Die Fahrer haben sich nochmal so minimal zum Teil verbessert. Aber jetzt auch nichts, wo wir unbedingt komplett aus dem Sattel gehen müssen. Also, Lou Muria, der ist schon ins Hauptteam übernommen worden. Da schauen wir nochmal kurz drauf auf den Fahrer. Den möchte ich auf jeden Fall weiterentwickeln. Zeit fahren aktuell die 62. Da hat er richtig viel Potenzial. Hoffen wir mal, dass er das auch mit ins Hauptteam so übernimmt. Ansonsten, Team Moko Diallo, der senegalesische Meister. Senegalesische? Senegalesische Meister. Klingt irgendwie richtiger. Der hat jetzt nicht besonders viel Potenzial. Den lassen wir raus. Philipp Wirth wurde sowieso runtergestuft. Riyad Bakhti haben wir auch schon drüber geredet. Und Mimuni, Usama, Abdella ist jetzt auch nicht unbedingt unser Ding. Deswegen übernehmen wir dort niemanden. So, das sind unsere beobachteten Fahrer. Ich würde gerne mal erst in die freien Fahrer reinschalten. Da wissen wir noch nicht so 100%. Können wir Filter Afrika oder so eigentlich einstellen? Kontinent kann man immer noch nicht machen. Das wäre echt nice, wenn man hier nach Kontinent noch filtern könnte. Dann gehen wir es mal durch. Liam Flannery. Wen haben wir da? Okay, den haben wir gerade selber auf den Markt geschickt. Unseren Algerier. Weil er eben doch nicht so pralle ist. Sprint und Beschleunigung 69 ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber ich würde dann doch eher mal auf andere Talente setzen. Aber viel mehr gibt es hier tatsächlich gar nicht. Dann sollten wir wahrscheinlich doch unsere beobachteten Fahrer nehmen. Da ist Tahir Girma, Maxwell Simpson und Ali Seleke. Das habe ich mir schon mal angeschaut. Das sind die Fahrer, die ich in der ersten Runde jetzt auf jeden Fall draften wollte. Die nehmen wir mal mit rein. Maxwell Simpson eher in der Ebene gut. Ganz guter Sprinter, aber als Anfahrer ganz passend. Ali Seleke ein guter Kopfsteinpflasterfahrer. Und Tahir Girma eben auch in der Ebene gut. Das sind halt alles sehr, sehr ähnliche Fahrertypen. So, den Rest können wir glaube ich skippen. Das ist für uns nicht ganz so wichtig. Dann schauen wir mal auf die freien Fahrer. Einschätzung. Da sind schon ein paar gute dabei. Dann Vandenberg aus Holland. Viereinhalb Sterne Potenzial. Da können wir jetzt auch wieder drei Fahrer. Wir können natürlich auch aus deutscher Sicht noch mal ein bisschen schauen. Schauen wir mal, was an deutschen Talenten da so rumfliegt. Deutschland, Deutschland. So, da haben wir es. Also Cedric Abt, das wäre das größte Talent. Werfen wir mal den Blick rein. Panscher, viereinhalb Sterne. Würde ich mal machen. Momentan bei Team Lotto Kernhaus. Den können wir auf jeden Fall mal verpflichten. So. Nehmen wir mal Cedric Abt mit rein. Max Merkel. Hatte nicht früher in der Bild-Zeitung immer die Bundesliga-Vorschau gemacht? Malte Maschke noch mit dabei. Luca Martin mit am Start. Wollen wir den mal mit hin zu? 23-Team nehmen? Gab es ja ein bisschen Verwirrung bei uns auf dem Discord-Channel. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausbreiten. So. Also da kann Luca Martin ja nichts dafür, um Gottes Willen. So. Dann setzen wir das mal zurück. So. Cedric Abt. Wir gehen mal weiter durch. Was könnte da so afrikanisch oder sonst irgendwie passen? Ich würde mal Dan Vandenberg tatsächlich mit reinnehmen. Pancheur eigentlich richtig gut. Bleiben die angehakt? Nein, natürlich nicht. Das ist sehr, sehr unschön gemacht. Und dann schauen wir noch mal weiter durch. Kanada Louis Raymond. Aller lieben Raymond. Kennt man noch. Ansonsten ist es dann aber recht übersichtlich mit den Talenten. Gerade auch so aus afrikanischer Sicht. Abderrahman Xir haben wir hier. Dann aus Ghana. Das fände ich eigentlich ganz nice. Wir nehmen den Ghanaer noch mit rein. Den finde ich cool. Der kann alles. Die übernehmen wir mal. Dann haben wir einmal Holland. Einmal Deutschland. Und einmal Ghana. Es kommen jetzt wahrscheinlich keine neuen Fahrer auf den Markt. So. Die sind für die Kangangi U23 schon verpflichtet. Hier sehen wir allerdings nicht viel. Ich finde es schön, dass wir bei denen gar nichts wissen. Und bei den freien Fahrern sehen wir aber wirklich alles. Dereks Segara aus Puerto Rico. Das wäre das größte Talent zusammen mit Dan Vandenberg. Den wir jetzt ja auch mal mit reingenommen haben. So. Das wäre eigentlich nice gewesen. Weiß nicht, ob der eben noch frei war. Aber der ist schon relativ gut. Wäre ein guter Franzose gewesen, den wir eigentlich gesucht haben. Für unser Team. So. Französische Talente. Könnte man auch noch mal ganz kurz schauen. Hier haben wir Matthias Saint-Lavie. Vier Sterne. Potenzial. Sprintbeschleunigung 66. Hier haben wir noch einen Österreicher. Das wäre doch auch mal ganz gut. Dann holen wir uns noch einen Österreicher mit rein. Dann sind wir dort auch mal versorgt. Und schauen jetzt aber noch mal nach afrikanischen Talenten. Abderrahman haben wir schon drüber geschaut. Amir Tahab. Einschätzung sehr, sehr gering. Wir gehen mal ganz kurz. Wir sortieren mal nach Einschätzung. Vielleicht ist da noch was für uns mit am Start. Wo wir sagen, wollen wir unbedingt. Malte Maschke muss nicht sein. Haben wir schon letztes Jahr im A-Team gehabt. Hat jetzt kaum gute Ergebnisse reingefahren. Doch einen Rundfahrtssieg hat er, glaube ich, sogar geholt in der Simulation. Aber fand ich jetzt nicht so mega sexy. Ein Schweizer. Matteo Konstant. Denke mal, da bietet sich ein Wortwitz an, den ich jetzt aber trotzdem mal weglasse. So, Max Merkel finde ich natürlich vom Namen her irgendwie geil. Komm, wir nehmen Max Merkel noch mit rein. Aber wie gesagt, nicht der beste Jahrgang hier. Yannis Seguin. Sind da nicht noch irgendwie mehr mit dabei? Abderrahman Xir. Viereinhalb Sterne. Beschleunigung ganz gut. Ich würde eher mal Richtung Bergfahrer gehen. So, jetzt haben wir zwei ausgewählt. Kann ich auch nach Qualitäten? Ne, das wäre wahrscheinlich zu kompliziert. Da haben wir jemanden aus Lesotho. Das wäre doch vielleicht sogar noch ganz interessant. Sogar einen Bergfahrer. Den nehmen wir mal mit. So, und dann filtern wir nochmal. Kann ich nach Attributen? Na, okay, nach Einschätzung. Ne, kann ich nicht. Kann, kann ich gar nicht machen. Nach Qualitäten sortieren. Geht nicht, gibt es nicht, heißt es normalerweise. In dem Fall ist es aber, geht nicht, geht nicht. So, Aaron aus. Natürlich auch ein nice Talent, aber die Einschätzung ist höher als das Potenzial. Clever. Also es ist schon ein sehr smarter Move, ne? Ich habe zwar kein Potenzial, aber ich gehe einfach mal drüber. So, was haben wir hier algerisch? Da sind wir ja schon gut mit drin. Angola hätten wir hier noch. Varschio Armando. Irgendwie Armando klingelt bei mir irgendwie nackte Kanone. Hieß da nicht irgendwie der Attentäter Armando oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Carlos Silva. Da sieht man auch die portugiesischen Züge für Angola. So, wir scrollen mal durch. Belgien brauchen wir, glaube ich, jetzt keinen Fahrer. So, Gairini Fuseni aus dem Benin. Aber wir haben ja mit Maxwell Simpson schon jemanden aus dem Benin. Costa Rica ist noch mit dabei. Deutschland haben wir schon. Max Merkel und Abt, glaube ich, mit reingeholt. Domrep brauchen wir nicht. Hatten wir schon bei Legion of Los Angeles. Die Eritreischen Talente finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wollte ich gerade sagen, gar nicht so nice. Aber Abed Amman, ah ja, stimmt. Ach komm, den nehmen wir noch mit rein. Und dann sind wir eh schon durch, oder? 9 von 10 Fahrern. Ne, einen dürfen wir noch. Ah, und aus lassen wir raus. Ein Franzose wäre vielleicht, wie gesagt, noch ganz gut. Hier hätten wir noch einen Sprinter. Das ist eben Saint-Lavie. Mit einem Potenzial von 4 Sternen. Weiß aber nicht. Die Fahrer entwickeln sich in der U23 halt auch kaum. Da haben wir Terrell Felix aus Grenada. Auch nicht unbedingt so unser Thema. Griechenland haben wir jetzt ja schon abgedenkt. Oh, Georgien wäre eigentlich ganz nice. 21 Jahre. Eigentlich ein gutes Talent. Das verstehe ich immer nicht. Wie kann er denn insgesamt 4 Sterne haben? Und warum fliege ich dann immer raus? Es ist so dumm. Es ist einfach so dumm. So, habe ich einen Fahrer? Ne, ich habe immer noch keinen Fahrer ausgewählt, oder? Welchen hatten wir denn jetzt? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Welchen hatten wir denn eben gerade ausgewählt? Den Georgien hatten wir nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wählen sie einfacher aus. Okay, ist der jetzt irgendwie übernommen worden? Ne, keine Ahnung. Irgendeinen hatten wir doch eben gerade. Mein Hirn funktioniert schon nicht mehr. Egal, wir scrollen nochmal durch. Ah ja doch, Abed Amman hatten wir. Der war es. Der Bruder von Simon Amman bestimmt. Bin mir sicher, dass die miteinander verwandt sind. Wer was anderes behauptet, der tut Lügen tun. Bin ich mir ziemlich sicher. So, hier, Indonesien, ne? Nicht Monaco. Habe ich auch gelernt. Flaggen sehen sich ziemlich ähnlich. So, wir hätten noch einen ägyptischen Kopfsteinpflasterfahrer. Hassan Jamil. 59 auf dem Kopfsteinpflaster. Naja. Ein Irre muss nicht sein. Aus Israel wäre eine Möglichkeit. Aber ist jetzt auch nicht so unser Primärziel. Ein Japaner fände ich irgendwie auch mal nice. Was ist das für eine Flagge? Kambodscha. Was haben wir hier? Kongo. Ach, guck mal. Mafu Tanki Kambale. Hatten wir den nicht schon mal irgendwie im Blick? Wir nehmen noch jemanden aus dem Kongo. Ach, wir können ja gar keinen mehr. Das war ja eh der Letzte. So, sorry. Bin ein bisschen maximal verwirrt. Abed Amman macht dann das Ganze komplett. So, das wäre abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Dann wäre das unser Team für die nächste Saison. Können wir uns das schon irgendwo ansehen? Werfen wir gleich mal einen Blick drauf. Gehen wir mal einen Tag weiter. Und jetzt wird wahrscheinlich eh bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter simuliert. Auf zu neuen Ufern. Leo Bouvier, mach's gut, mein Freund. Dankeschön, dass du da warst. Nero fängt auch sofort noch an zu singen für dich, weil draußen natürlich ein anderer Hund wieder angefangen hat zu bellen. So, 71 Punkte. Irgendwie haben wir was verloren. 55. Platz für uns nur im Teamindex. Wieder nicht so gut gelaufen. Das dauert schon noch, bis wir hier hinkommen. Wenn wir mal schauen. Platz 36 hat schon Index 2005 im Schnitt drei Sterne circa. Da sind wir ein bisschen schwächer. Ich weiß nicht, wie viele Fahrer da in die Bewertung mit reingenommen wurden. Vorher war es eigentlich so, dass immer nur die Spitzenfahrer in die Bewertung mit reingenommen werden. Wenn natürlich generell der Durchschnitt zählt, dann zieht uns so ein Paolo Muri ja auch ganz schön runter. Müssen wir die alle entlassen, die hier schlechter sind als drei Sterne. Aber komm, das ist doch auf jeden Fall besser als drei Sterne Schnitt. Naja, schauen wir mal. Also, Emil Herzog ist da. Sehen wir jetzt schon im Team. Mal schauen, beim Personal müssten wir wahrscheinlich dann hier schauen. Der Vertrag läuft wahrscheinlich bis Ende des Jahres bei Wolfgang Oschwald. Da nehmen wir auf jeden Fall noch einen neuen Trainer international mit rein und hauen dann unsere Spitzenfahrer eben in diese Trainingsgruppe. Das werde ich jetzt alles im Hintergrund machen. Wir schauen uns gleich mal die Transfers an, die jetzt eben auch getätigt wurden von den anderen Teams. Wir begrüßen aber erst nochmal unsere Fahrer Emil Herzog, unser neuer Teamkapitän. Mit dreieinhalb Sternen hat er sich hier vorne auch schon gleich schön eingereiht. Dann schauen wir mal weiter. So viele Spitzenfahrer haben wir leider nicht verpflichtet. Sotirios, Marios, Bretas mit drei Sternen, aber Jason Heine, auf den setze ich sehr. Finde ich vor allem auch lustig, dass er bei Kopfsteinpflaster vor allem gesehen wird. Nordklassiker 4,5, aber Sprint, da ist doch eigentlich, okay, weil er der Wert bei Kopfsteinpflaster auf 71 ist. Aber wir trainieren ihn natürlich auf Sprint, wollen dort, dass er einer der weltbesten Sprinter wird. Und ich hoffe mal, dass das auch klappen wird. Dann begrüßen wir natürlich, warte mal, es hat sich jetzt wieder umgedreht, gell? Das nervt auch ein bisschen. So, Vincent John begrüßen wir, 19-jähriger Deutscher mit ein bisschen Luft, wird sicherlich eher als Teamhelfer fungieren. Aber auch hier, Servus, so grüßen wir hier in Bayern. Wir sagen Hallo auf die Art und Weise und auch Tschüss, macht keinen Sinn, aber ist halt so. Louis Leidert kommt zu uns, Vertrag bis 2027, langfristig Mohamed Zanbouli mit einem Einjahresvertrag. Enzo Decker ebenfalls mit seinem letzten Vertragsjahr. Charles Kargemou natürlich noch bis 2026 und darüber hinaus. Der Mann, der die Ruanda-Rundfahrt gewonnen hat, sehr, sehr geil. Menges Petros kommt. Dann Bonheur Ndai Senga, schauen wir nochmal drauf. Der hatte irgendwie 64, 66. Immer hat sich da auch nicht viel verbessert dieses Jahr. Mit ein paar ordentlichen Ergebnissen als Teamhelfer. So, dann haben wir noch Assemadi, der 18-jährige Ägypter, der am Berg relativ stark hoffentlich mal wird. Viereinhalb Sterne dort. Da kann ein gesunder 70er-Wert sich entwickeln. Dann haben wir noch Davis Biyinzika und Paolo Muria, die aus Uganda kommen und die Mannschaft verstärken. Also richtig cool, macht Spaß. Unser Entwicklerteam, da werfen wir auch nochmal den Blick drauf. Das ist es für das nächste Jahr. Wie gesagt, das werde ich dann gleich anpassen. Das ist wieder sehr, sehr bunt gemischt. Zweimal Äthiopien mit dabei, zweimal Deutschland. Ansonsten Benin, Eritrea, Ghana, Holland, Lesotho und eben auch der erste Österreicher, Moritz Hörandner. Eigentlich ein geiler Fahrer. Panscher, 5 Sterne, holy shit. Eigentlich kann der mal richtig nice werden. Was hat der für einen Hügelwert? 67. Da geht schon noch einiges. Also Moritz Hörandner, keine Ahnung, was der vorher gemacht hat. Vorher bei Tirol KTM gefahren. Dann irgendwo in Albanien. Aber Team ist geheim. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann für ihn bei uns läuft. Also das wäre ein Fahrer, den könnte man sehr gut fürs nächste Jahr übernehmen. Genauso wie Dan Vandenberg, der auch bei Panscher sehr, sehr stark ist. Also da haben wir doch richtig schön Talent in die zweite Mannschaft mit reingebuttert. Und dann gehen wir jetzt in die Planung für die dritte Saison und schauen uns die Transfers, wie gesagt, natürlich noch an.